Ja klar, wenn es so knapp wird, hätte gerne noch einen Sprung mehr gehabt, aber es war schwierig, ein Wettkampf mit dem Wind. Es hatte mal Gegenwind, mal Rückwind gehabt. Aber ich bin sehr zufrieden, bin wieder mal 6 Meter gesprungen. Nach der Operation am Fuss ist es nicht selbstverständlich und von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Ja, ich weiss die Form ist da, dass ich wieder schnell bin und jetzt sind noch vier Wochen bis Rio mit dem Einsatz mit der Staple. Ja und ich bin auch froh, dass wir noch die Zeit, alle noch etwas schneller zu laufen und hart zu trainieren und dann kommt das gut. Ja, morgen geht es vor allem um den Sieg oder den zweiten oder dritten Platz, mal schauen. Ich freue mich wieder gegen den Leads zu laufen und es wird mit Freude und Spass an den Wettkampf gehen und er die schnellste soll gewinnen. Ja und ich glaube bis jetzt habe ich immer gewonnen, aber es ist schon lange her, dass wir gegeneinander laufen durften. Also es ist mittlerweile auch etwas besser geworden, aber ich bin gespannt. Ich gebe nicht auf und werde es sehr schwierig machen. Aber ja, es ist sehr in Form und ich bin gespannt, was wir wollen laufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.